Das ist nicht gut, wenn du dich hier so über mein Gebrechen lustig machst. Das ist eine ernstzunehmende... Ja, wie sagen wir Männer immer so, das ist eine Erkältung, daran kann man sterben. DRW Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Ich habe witzigerweise gestern Abend die Tagesschau nicht bei uns im Wohnzimmer geguckt, sondern in meinem Studio. Warum? Weil ich es konnte, ich war zu spät dran und die Kinder haben schon das Finale von Germany's Next Topmodel geguckt. Das ist doch jetzt neu irgendwie da bei Germany's Topmodel, ist doch jetzt auch mit Menschen, die tatsächlich einigermaßen normal aussehen. Ja, ist ein Alibi. Aber zurück zur Tagesschau. Habe ich mir also die Tagesschau bei mir im Studio angehört und da unter Studiobedingungen und gehört, wie viel Raum die drauf haben. Hört man nämlich, wenn man im Wohnzimmer sitzt, hört man das gar nicht so. Ja. Aber wenn du dir die Tagesschau mal so im trockenen Studio oder über Kopfhörer anhörst, dann hörst du erstmal, die haben ja auch Kugelmikrofone, so wie wir hier auch. Ja. Hörst du erstmal, wie groß der Raum drumherum ist und dass die Kugel natürlich nicht aus ihrer Haut raus kann, war sehr faszinierend. Ich meine, die sitzen halt da auch in so einem Riesenbunker dann. Also das ist ja auch mehr, so ein Fernsehstudio ist ja mehr eine Lagerhalle als. Ja, ich hätte eigentlich immer gedacht, dass das eher trockener wäre, das Signal, weil es halt ein Studio ist. Also man macht ja auch Raumakustik und so weiter. Aber nee, das war relativ nass. Aber wie gesagt, im Wohnzimmer fällt es dir nicht auf, weil das Wohnzimmer ist ja eh selber nass. Und so über Kopfhörer kann ich also jedem mal empfehlen, das zu machen. Mal einfach zu hören, einfach um sich auch mal locker zu machen. Weil wenn ich Podcasts zum Beispiel mische, dann habe ich auch so eine Nassigkeitsgrenze, wo ich dann denke, wie nass darf das Signal wohl sein irgendwie? Nassigkeitsgrenze. Ja, weil Podcasts werden ja immer irgendwie in unzulänglichen Räumlichkeiten aufgenommen. Ja, das stimmt. Nahezu immer. Und da halt zu gucken, okay, wie viel an natürlicher Räumlichkeit ist denn eigentlich erlaubt? Muss es wirklich trocken wie Tonstudio sein oder wie nass darf es sein? Und da hilft die Tagesschau auf jeden Fall als Justierung so ungefähr. Ja, weiß ja, Referenz. Ja, Jonas, schön, dass du da bist. Oh, du klingst ja begeistert, lieber Björn. Ich fange mal direkt an, wo wir jetzt hier schon sind. Also ich begrüße alle Zuhörer hier an den Empfängnisgeräten und freue mich, hier zu Gast sein zu müssen im Storia-Maastring-Studio an der Seite von Leutnant Triefnase, der goldenen Nase von Holtweg möchte ich heute mal sagen. Der Mann, der den Heuschnupfen erfunden hat und das heute mit Kaffee ausgleichen möchte. Ich habe ihn gepachtet auf jeden Fall. Aber vielen Dank für die Einladung, Björn. Sehr gerne. Und ich habe vergessen wegzuräumen, unsere Quarkbällchen-Tute mache ich jetzt nochmal eben. Es sind noch drei Stück drin. Möchtest du noch eins? Nee, ne? Gerade nicht. Ich habe beim letzten Mal, als wir vor laufender Kamera ein Quarkbällchen gegessen haben, habe ich mich doch sehr gewundert, wie kacke man aussehen kann. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt. Wir müssen dringend ein Quarkbällchen-Mann finden, der kleinere Quarkbällchen macht, damit man die nicht abbeißen muss. Die sind nämlich riesig. Aber jetzt räume ich die mal zur Seite. Klingelingeling. Hier kommt der Quarkbällchen-Mann. So hat sich übrigens der liebe Kollege Jonas Wagner auch eben direkt nach Öffnen der Tür vorgestellt. Das Problem ist bei mir, wenn ich einen Ohrwurm habe, dann habe ich den für eine Woche. Ach so. So. Brauchst du neun? Äh, ich weiß sofort einen. Ich weiß exakt einen und mit dem quäle ich meine Mitmenschen auch immer. Oh je. Äh, wenn die sagen, äh, ich habe einen Ohrwurm hier, du bist neun. Ich bin da sehr anfällig. Du bist da sehr anfällig? Dann spare ich mir das jetzt. Okay. Aber vielleicht als Erheiterung der Podcast-Hörer und Hörerinnen am Sonntag. Es gibt ein dreisilbiges Wort, das automatisch in jedem sofort einen Ohrwurm auslöst. Das macht den Song nicht besser. Hau raus. Atemlos. Eieiei. Siehste, hat schon funktioniert. Du hast sofort, es ist nicht der beste Song der Welt, also einer der erfolgreichsten auf jeden Fall. Er ist auch wirklich sehr geschickt gemacht. Ja, aber es ist, du brauchst nur drei Silben zu sagen und jeder ist sofort, äh, und auf vier Wochen abgemeldet. Irgendwie weil, äh, 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 das erwischt dich bei der Kartenarbeit, äh, 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 ist aber auch geschickt gemacht, ne? Ist einfach, ja, ist ein Dreiklang, der runtergeht, also kein Dreiklang, sondern sind einfach drei Noten, die direkt aufeinander folgen. Dä, 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 und dann erst das erste richtige Intervall. Das heißt, das Ding ist singbar von vorne bis hinten und wenn du mal erfolgreiche Melodien anguckst, keine großen Intervalle. Ja, das stimmt. Außer bei Maja Hi, Maja Ho. Wie hießen die denn nochmal? Haha. Oh Gott, was war das denn nochmal? Aus Rumänien kamen die oder so, ne? Ja, das Schlimme ist, dass sie den jetzt auch wieder neu aufgelegt haben, wie übrigens auch weitere Hits, wie zum Beispiel, ähm, Forever Young. Ja. Ist ja auch nicht tot zu kriegen. Habe ich mal eine Pop-Punk-Version gemastert. Oder Narcotic. Ja, ich kenne ja den Produzenten von Narcotic. Ja. Ja, du kennst den? Ja. Ja, genau. Der ist Geschäftsführer vom, oh, Audio Drive Studio in, wie heißt denn das nochmal? Lieber Tim, falls du zufällig diesen Podcast hören solltest, dann schreib mir. Nein, Quatsch. Gut, ähm, in der Nähe von Hoffenheim, ähm, also Hoffenheim ist ja ein Kaff, durch den Fußball bekannt geworden und wie heißt die Stadt eigentlich, dann die große da, mit S. Stuttgart, ne? Ja, das ist schon ein bisschen zufällig. Sinsheim. 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 Da taucht ein neues Remake auf und anscheinend scheint die Jugend auch nicht satt zu werden an diesem Song. Ne, der Song funktioniert ja, ich meine, du als alter Tanzmucker, du kennst es ja auch, die Nummer funktioniert eben auch seit, äh, wie alt ist der Song? Ja, 20 Jahre. Ja, es gibt aber einen anderen Song, der auch sehr erfolgreich war und auch nicht kaputt zu kriegen wird, äh, ist, aber zum Glück nicht gecovert wird. Nämlich? Les Montré. Was? Lemon Tree. Ach. Auch nicht kaputt zu kriegen und auf jedem Stadtfest wird die Band, die Lemon Tree gespielt hat, Fools Garden mit all ihren Hits aufgefahren. Heute Headliner, Fools Garden mit all ihren Hits von Lemon Tree über, äh, bis, äh, Lemon Tree. Ja. So, in der Akustikversion, aber immerhin. Langsamer. Vielleicht auch ein bisschen langsamer. Ja, aber da wäre mir die Variante, also, das ist auch so ein Song, äh, der Lemon Tree kriegst du ja auch kaum aus dem Kopf, wenn er einmal gelaufen ist. Vor allem diese eine Stelle, wo da mit der Glasflasche runtergefallen ist. Ja. Wir haben die damals gespielt mit einer Band und zu der Zeit haben wir schon, äh, mit Samplern gearbeitet auf der Bühne. Das heißt, es war immer ein Riesenspaß am Abend. Ich habe den Sampler geladen, immer dieses eine Sample mal auszutauschen. Das heißt, wir kamen an die Stelle, wo das Glas runterfällt und normalerweise programmiert war halt ein Glas, das dann da auch runterfällt. Und ich habe mir dann hin und wieder mal einen Spaß gemacht und einen anderen Sound da reingebaut. Was weiß ich. Ja, Pups laut geht ja immer. Und alle haben auf der Bühne immer gespannt darauf gewartet, welchen Sound er wohl eingebaut hat. Ah ja, mit Samplern, da konnte man schon viel, viel Unfug anstellen. Blöd war nur, wenn der Strom ausgefallen ist auf der Bühne, das heißt, der Sampler musste neu geladen werden, wo Livebands ohne Sequencer-Unterstützung und ohne Sampler einfach direkt weitergespielt haben, mussten wir erstmal, musste ich erstmal fünf Minuten Sampler laden. Und ich war noch in der guten Lage, weil als ich den Sampler bedient habe, da war dann eine Festplatte eingebaut, der gute AKS 1000 mit einer 340 Megabyte Platte drin, war mega teuer. Mein Vorgänger, der musste nur von Diskette reinladen. Und deswegen, lieber Micha, an dieser Stelle, meinen Respekt nochmal, dass du das immer gemacht hast. Ich war sehr glücklich, das nur über Festplatte machen zu müssen. Es gab zu der Zeit noch keine USVs, also unterbrechungsfreie Stromversorgung. Ja. Also ich würde mein Studio nicht mehr ohne unterbrechungsfreie Stromversorgung betreiben, weil wenn der Strom ausgeht, und der geht natürlich immer in den undenkbar, ungünstigsten Momenten aus, dann kommt ja immer der erste Gedanke, wenn der Strom ausfällt. Habe ich vorher auf Speichern gedrückt? Oder wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Genau. Eine USV, egal wie alt die ist, gibt dir zumindest drei Sekunden Zeit, einmal kurz STRG-S zu drücken oder COMMANDO-S auf dem Mac, damit du wenigstens einmal abspeichern kannst. Und eine USV, die hätte ich damals auch gut gebrauchen können, weil da wäre der Sampler einfach durchgelaufen. Außerdem hat eine USV den großen Vorteil, wie auch ein Stabilisator übrigens, den jeder im Studio haben sollte, ein Stromstabilisator, den großen Vorteil, dass die Überspannung abfängt. Das heißt, Überspannung schießen dann quasi nicht ins Gerät rein, ist uns nochmal auf der Bühne passiert, da ist ein Blitz ins Zelt eingeschlagen und der örtliche Elektriker hatte vergessen, den Erdungshaken einzuschlagen. Mit anderen Worten, der E4 von meinem Kumpel Uwe, der übrigens gestern 60 geworden ist, Glückwunsch nochmal an dieser Stelle, lieber Uwe. Happy Birthday. Der E4, der Sampler, der Emo E4, war Schrott, wir konnten also nicht mehr weiterspielen, haben dann unter Hochdruck noch ein Ersatzgerät besorgt, das war 1. Mai. Und ich hatte zu der Zeit die Finger an der Gitarre und habe zwei Wochen lang zwei taube Finger gehabt, der kleine und der Ringfinger auf der rechten Hand, waren tatsächlich taub durch diesen. Und ich bin also zum Glück stehen geblieben, es ist nichts Schlimmeres passiert irgendwie, aber da ist der Blitz ins Zelt eingefahren und dann gab es richtig Kasala. Wie gesagt, alles nur, weil der Erdungshaken nicht drin war und das war echt, das war weit weg von Spaß. Aber wie gesagt, der USV hätte zumindest da die Geräte gerettet, wäre zwar die USV draufgegangen, aber die 60 Euro, die sollte man eigentlich haben. Und im Studio ist es halt auch wirklich praktisch. Also ich habe vor allem bei mir alles an der USV dran. Das heißt, wenn ich mein komplettes System starte, dann drücke ich einmal an der USV den Startknopf, dahinter ist dann der Stabi. Das heißt, ich habe eine doppelte Stabilisierung, einmal durch die Batterie. Da breite ich nur umgehen, aber ich glaube, jeder hat deine Liebe zu dem USV verstanden. Ja, aber ich habe doch noch zehn Minuten zum Thema. Nein. Wir müssen uns die Redezeiten besser einteilen. Okay, also so viel zu meinem Plädoyer für die USV. Auf der Bühne, wenn man noch mit Samplern arbeitet, vor allem wenn die keinen Flüchtigen, wenn die einen Flüchtigenarbeitsspeicher noch haben. Und sonst hat man ja heutzutage eigentlich... Macht ja heute eh keiner mehr. Alle Laptops, ne? Genau, die sitzen da mit ihrem MacBook oder Laptop halt auf der Bühne und selbst da dann über MIDI gesteuert oder was auch immer. Faszinierend. Wir haben damals noch mit Minidisc gehabt, gearbeitet teilweise. Wir haben dann die Sampler und die Sequenzer rausgeschmissen und haben dann quasi Vorproduktionen gemacht auf Minidisc. Das Problem bei Minidisc war, das ist zwar so ein optisches Medium, aber da ist ja so ein Schieber, ist ja wie eine CD in einer Hülle quasi. Das heißt, dieser Schieber geht zur Seite, der Laser kann lesen. Das Problem ist nur, in einem Zelt, in einem Festzelt, ist die Luft so spackig, dass irgendwann die Minidiscs nicht mehr gingen. Und dann haben wir die mal aufgemacht, mal reingeguckt, da war richtig Griesgnabbel drauf. So richtig ekliger... Mit dem Ergebnis, dass wir dann uns so Reinigungszeug besorgt haben, mit dem wir dann die Minidiscs so regelmäßig sauber machen mussten irgendwie. Und noch Reservediscs dabei hatten und was nicht alles irgendwie. Und das wurde ja dann zum Glück durch Rechner abgelöst, die dann tatsächlich auf der Bühne mit den neuen MacBooks da... Das ist ja mittlerweile auch tiefenentspannt, ne? Gibt es eigentlich noch MIDI-File-Anbieter, so wie früher? Gibt es das noch Workstations, die von MIDI arbeiten? Weil heutzutage kommt doch eigentlich viel aus dem Rechner, oder? Aber ich denke schon, wenn ich an die Leute denke, die wirklich ja auch mit den Workstations live spielen. Also name it, keine Ahnung, das ist jetzt nicht so meine Abteilung irgendwie. Aber ich kenne noch viele halt so in dieser klassischen Tanzband-Tanzmusik-Richtung, die noch auf Basis von irgendwie MIDI oder so mit Sicherheit arbeiten. Also... Der Vorteil ist ja, es ist deutlich flexibler als fest aufgenommenes Audio, ne? Ja, zum einen... Also da kannst du das Arrangement flexibel ändern, ne? Aber du musst dich halt mit deinem Gerät eigentlich ein bisschen auch auskennen, ne? Und daran scheitert es irgendwie, finde ich, ganz, ganz häufig, wo man denkt, also gerade aus der Zeit, wo ich halt viel live gemischt habe, mein Gott, ey, wenn dann jedes Mal das Halb-Playback auf einer komplett anderen Lautstärke, beziehungsweise Lautheit und Lautstärke... Das ist einfach das böse Wort. Bedienungsanleitung. Ja, genau. Wo ich dann auch mal... Sag mal, kannst du nie mal einfach deine Dinger alle auf die gleiche Lautheit oder eben, ja, das sind ja MIDI-Files, also auf die, auf zumindest dann grundsätzlich auf eine Velocity oder so, das hat nicht funktioniert. Da half dann nur noch der Limiter im Zweifel, der dann dafür gesorgt hat, dass den Besuchern dann nicht alles weggeflogen ist. Ich habe es neulich eine Live-Veranstaltung gehabt, da ging es um Akustikaufnahme, also Sänger mit Akustikgitarre und der relativ unerfahrene Tonmischer, stand jetzt am Mischpult, irgendeine digitale Konsole, wo du also jetzt nicht direkt Zugriff auf irgendwas hast irgendwie und immer, wenn es ein bisschen leiser wurde, dann kam so ein... nach oben mit dem Ergebnis, dass der Kollege dann den Low-Cut reingedreht hat und die Stimme und die Gitarre sehr dünn wurden und ich nur da gesessen habe und gedacht, es ist der Kompressor, es ist nicht der Ipola, es ist der Kompressor, mach den Kompressor einfach ein bisschen weniger, weil der zieht den Sheet hoch und nicht... Ja, hat er nicht. Aber er hat auch keinen gestört. Ach mein Gott. Naja. Ja, Live-Kompressor ist... Ich weiß, ich habe noch nie Live gemischt. Ich weiß nur, dass der Kompressor Live-Schwierigkeiten machen kann, wenn man ihn übermäßig einsetzt, wenn er Sachen hochzieht. Aber auch da, Live ist noch viel, viel wichtiger, was vor dem Mikroauf stattfindet, als im Studio. Im Studio haben wir ja die... Ist ja der Vorteil, dass du dann den Sänger nach Hause schicken kannst und irgendwie dich zur Not zwei Wochen einsperrst und irgendwas daraus versuchst zu drehen. Was du gemacht hast, live ist halt... Genau. Live ist live, genau. Das heißt, aber sind wir im Studio nur, um Unzulänglichkeiten der Künstler auszubügeln? Nein, aber... Ja, sind wir natürlich nicht, aber leider ist es oftmals genau das, ne? Also, dass man... Der liebe Andreas hat mir neulich geschrieben, auch Gruß an dieser Stelle nach Hamburg, an Andreas, der mir schrieb, dass für ihn auch das Wichtigste ist, was vor dem Mikrofon stattfindet. Und er sagt, dass er eine Produktion erstmal damit anfängt, dass überhaupt erstmal der tonale Sweetspot von Sänger oder Sängerin herausgefunden wird. Also, wo fühlt der Sänger sich am besten? Weil es kann teilweise... Habe ich bei mir auch schon festgestellt, dass ich einen Song singe und der ist ganz okay irgendwie. Aber wenn ich einen ganz Ton höher singen würde, dann komme ich zwar obenrum nah an mein Limit, aber ich habe insgesamt mehr Output und so weiter. Und er sagte, wir haben teilweise ein, zwei Tage, die wir nur herausfinden, wo ist der Sweetspot. Dann erarbeiten wir das Playback nochmal neu und dann gehen wir überhaupt erst an die Aufnahme. Ich meine, das ist natürlich Luxus, so zu arbeiten. Aber vom Ansatz her eigentlich richtig. Weil wenn du sagst, ich möchte eine professionelle Aufnahme haben, dann musst du auch mit professionellem Anspruch rangehen, ne? Klar. Aber ich meine, das ist ja ein Thema, worüber wir irgendwie auch oft sprechen, ne? Und uns natürlich auch oft Gedanken drum machen, aber wir können es ja auch nicht ändern, ne? Weil die Leute in ihrem künstlerischen Schaffen, sag ich jetzt mal, ja oftmals, wie sagt man das, entweder festgefahren sind in einer gewissen Richtung, weil das habe ich immer so gemacht oder da fühle ich mich wohl oder wie auch immer. oder eben auch gar nicht den Anspruch selber haben, ne? Das ist auch ein Problem. Ja. Ja, warum? Ich habe doch alle Töne zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle getroffen. Genau. Ja, aber deswegen ist ja, klingst du nun mal trotzdem nicht wie, keine Ahnung, XY, auch wenn du alle Töne und alle Rhythmen richtig performst, ne? Das ist ja nun mal die Stimmfarbe, was natürlich viel mit der Range auch zu tun hat, mit dem Mikro, mit dem Raum, mit dem Equipment natürlich auch zu tun hat. Ne, da sind wir wieder dann auch bei dem Thema großes Studio, ja, nein. Was ist der Vorteil? Ja, die haben halt vielleicht 5, 6, 7 Mikrofone, wo man tatsächlich mal, jeder hat bestimmt schon mal so ein Bild gesehen, irgendwie, wo hinter der Glasscheibe dann jemand steht und 7 verschiedene Mikros dann da hängen oder 4 oder 5. Ja, ja. Nur um herauszufinden, was jetzt für den Song oder für den Sänger halt gerade passend ist. Ja, aber wenn wir zurückbrechen auf das, was vor dem Mikro stattfindet, ne? Letztendlich kann das ja jeder auf sich selber übertragen, herauszufinden, wo ist eigentlich der Punkt, wo ich am besten singe? Ich füge noch einen Punkt hinzu, nämlich den Aua-Faktor. Wenn nämlich jemand wie ich dabei ist, der ein Playback erstmal fertig macht und sich auch richtig wohl fühlt. Also ich komme von der Musik und dann komme ich zum Schluss an Text und Melodie. Ganz oft, dass ich Musik schon brachial fertig habe und sage, okay, alles klar, bis hierhin war gut. Und wenn ich jetzt noch vernünftige Melodie hinkriege und Text, dann wird es ein richtig guter Song. Ich kann es damit aber auch komplett versauen. Und wenn du dann natürlich feststellst, verflickst, ich habe den Song zwei Töne zu tief angesetzt, weil ich halt als Gitarrist zum Beispiel gerne in E-Spiele oder in A und ich hätte ihn aber besser in B spielen müssen oder in C, was auf der Gitarre nicht schammernd zu greifen ist, im schlimmsten Fall, aber mich von der Performance her an den Punkt bringt. Dann sitze ich davor, mache ich jetzt alles nochmal neu oder nicht? Und dann ist das so eine Pi-mal-Daumen-Entscheidung zu sagen, okay, mache ich mir die Mühe nochmal neu und ich kann mir gut vorstellen, dass eine ganze Menge Leute auch vor dem Punkt stehen, selbst wenn sie feststellen, ich habe den Sweet Spot nicht erreicht, das ist jetzt alles nochmal neu zu machen, die ganze Arbeit, die da reingeflossen ist und deswegen ist natürlich A, ein Produzent nicht unterzubewerten, weil der das mit dir erarbeitet, finde ich großartig und vor allem auch, weil dann halt bevor der Song überhaupt fertig gemacht wird, solche Sachen schon ausbaldowert werden. Aber ich meine, jetzt kann sich natürlich nicht jeder für seine Home-Studio-Produktion irgendwie den Produzenten einkaufen oder sowas, ne? Aber ein paar Skills von denen aneignen vielleicht. Ja klar, halt einfach das zu hinterfragen überhaupt. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, was jeder selber kann. Also, selbst wenn du der Artist, der Produzent, der Mischer und der Tontechniker und was weiß ich nicht alles in einem bist, selbst dann kannst du ja einfach mal ein Take-off nehmen und kannst dir in Ruhe mal einen Zettel und einen Stift nehmen und dir vielleicht Gedanken machen, was ist denn holprig irgendwie? Also nicht, es geht ja nicht immer nur um die Performance. die Leute denken da auch viel zu sehr in richtig und falsch. Ja, tatsächlich, ja. Irgendwie, die Intonation ist doch richtig oder gut, also ich habe den Ton getroffen und er ist auch an der richtigen Stelle. Ja, aber das ist ja nicht alles. Musik ist ja nicht nur rot oder grün, sondern Musik ist ja auch ganz, ganz viel, ja, was zwischen richtiger Tonhöhe und richtigen Rhythmus stattfindet, ne? Emotion, dann auch vielleicht eine gewisse Art von Dynamik oder sowas und sich dann einfach mal hinzusetzen und wirklich mal zu hören, okay, was ist holprig, wo kann man vielleicht auch am Text noch arbeiten? Ja, vor allem Text. Ganz oft schon erlebt, dass man sagt, die eine Stelle, du singst das super schön, aber da ist eine Silbe zu viel, das muss raus da, ne? Ja, aber was machst du da an der Stelle? Nimmst du die Silbe raus, suchst du ein Synonym, was vielleicht nur statt drei Silben zwei Silben hat, dann musst du ja auch noch aufpassen, wo ist die Betonung bei dem Wort, ne? Oder dann Betonung auf der ersten Silbe, zweiten, dritten. Reim, ist dir Reim wichtig, ist Reim nicht wichtig? Paul Simon zum Beispiel, hört ihr viele Lieder von Paul Simon an, die reimen sich nicht. Das ist dem schnitt egal, ob sich das reimt, aber es fällt überhaupt nicht auf, weil es gar nicht, weil es sowieso so flüssig und so erzählerisch gesungen ist, dass du gar nicht mitkriegst, dass sich da was nicht reint. Dahin gehen die Don't Nosen, die du gerade anhast irgendwie, die ganz oft Songs haben, nach dem Motto Reim dich oder ich schlag dich, wo manchmal wirklich auch das mit dem Text, was du gerade gesagt hast, wo ich gesagt habe, oh, ah, das Wort an der Stelle, aber es sind halt die toten Hosen, ne? Wohin setzt sich ein drei Tonnen schwerer Elefant? Ja. Wohin er will, genau. Deswegen machen die das auch genauso, wie wir das wollen und es ist auch sehr erfolgreich, muss man auch sagen. Campino hat jetzt neulich gesagt, dass er mit 70 sich nicht mehr auf der Bühne sieht. Die haben jetzt gerade, glaube ich, werden die alle 60 gerade? Ja, die haben jetzt 40 Jahre toten Hosen. Wahnsinn, ne? Ja, wie sagt man? Gefeiert. Oder wurde jetzt auch viel geehrt, irgendwie in Spezialsendungen und Radio und so, habe ich gelesen. Genau. Bin aber leider noch nicht dazu gekommen, großartig den Geburtstag zu feiern und zu würdigen. Ja. Ich hatte das Glück, den Ex-Manager von denen kennenzulernen. Jochen Hülder heißt der, das heißt der, glaube ich. Äh, mit seiner Firma JKP, Jochen. Achso, ja, ja. Jochen ist ja vor ein paar Jahren gestorben. Wir hatten ihn kurz vorher kennengelernt. Fantastischer Typ. Wirklich ein ganz gerader Typ, der auch immer von seiner Kapelle gesprochen hat oder von seiner Band. Also nicht von den Jungs, die er managt, sondern das ist ja so ein, so ein halb sozialistisches Konglomerat, irgendwie mehr oder weniger. Irgendwie so eine Kommune in der Neuzeit, mehr oder weniger. Aber das war einfach wie liebevoll, der über seine Jungs gesprochen hat und gesagt hat, dass das auch mal wirklich nervig ist, wenn du fünf verschiedene Meinungen hast und die irgendwie jetzt auf einen Punkt bringen musst. Na klar. Aber das dann 40 Jahre erfolgreich durchzuziehen, also von daher an die Hosen nochmal hier unseren Hut. Ja, absolut. Ich bin nicht mit allem einverstanden gewesen, was ihr auf Musik gemacht habt, aber das ist schon aller Ehren wert, was da wirklich an Karriere steht. Absolut. Ja. Absolut. Auch für viele Generationen, glaube ich, auch durchaus eine wichtige Band gewesen. Also sei es vielleicht politisch für den einen oder anderen gut, so super politisch waren sie mit Sicherheit. Na, aber sie hatten eine ganz klare Haltung irgendwie. Ja. Und Haltung kannst du dir ja nicht kaufen. Haltung kannst du nicht kaufen. Und es geht ja auch nicht immer nur um, das vergessen ja viele, wenn man so dieses Thema, ob das jetzt Punkmusik oder was auch immer ist, das hat ja nicht immer nur was damit zu tun, einen grünen Iro zu haben und irgendwie das System scheiße zu finden, sondern es steckt ja viel, viel mehr dahinter. Und was ich sehr eindrucksvoll fand, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, vielleicht ist es auch schon länger her, ja, ich sage jetzt mal grob vor zehn Jahren oder acht Jahren, haben die Toten Hosen ein Gemeinschaftskonzert gemacht mit dem, mit dem Orchester der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Okay. In der Tonhalle haben die das, glaube ich, gemacht in Düsseldorf. Tonhalle, nicht Turnhalle. Nee, Tonhalle, genau, so heißt die, ja, das Konzerthäuschen da, direkt am Rhein. Wie auch schon gespielt, sehr, sehr schöner Saal. Cool. Auf jeden Fall haben die entartete Musik gespielt. Ach so, die aus dem, die im Nazireich als entartete Musik dargestellt wurde. Genau, da wurde ja sehr, sehr viel Musik dann eben zensiert beziehungsweise verboten, gewisse Komponisten, gut, ich denke, da brauchen wir nicht erklären, aus welchen Gründen das dann so kam und die haben dann wirklich ein ganzes Konzert mit dem Orchester zusammen gestaltet und da gibt es dementsprechend eine CD und es gibt auch so eine DVD mit so ein bisschen Behind-the-Scenes. Das habe ich bei den Toten Hosen immer gemocht, dass die sehr, sehr viel immer preisgegeben haben, auch bei anderen Geschichten. Wir haben ja ultra viele DVDs oder früher VHS-Sachen immer veröffentlicht, irgendwie die Tour mit begleitet, diese, diese, ja, so eine Miniserie gab es auch mal irgendwie. Ich fand das immer sehr interessant, gerade so, wenn man selber dann in einem Alter war, wo man in einer Band war und dann auch so Musik gemacht hat und so. Ich fand das immer ganz interessant zu sehen, ja, wie läuft es denn bei denen ab? Natürlich wird da auch nicht alles gezeigt und mit Sicherheit auch viel davon gezeigt, was die Leute dann sehen wollen oder so. Aber trotzdem, sie sind da immer sehr authentisch geblieben. Mir fällt gerade auf, dass es in diesen 80er, 90ern, in denen die Hosen da sehr erfolgreich wurden, dass es da den gleichen Beef-Battle mehr oder weniger gab wie in den 60ern schon. Beatles oder Stones? Ja. Hosen, oder? Die Ärzte, ja. Ich glaube, das haben die immer ganz gut inszeniert auch. Ja, natürlich, die sind ja beide nicht doof. Die finden sich, glaube ich, gar nicht so doof gegenseitig. So wie die Stones und die Beatles auch nicht. Genau. Ich glaube, der, wie rum war es jetzt? Das muss ich mal überlegen. Irgendwer, es gab so ein Konzert gegen, was war denn das jetzt? Gegen rechts, natürlich gegen rechts. Was war denn da letztes Jahr, vor zwei Jahren, gab es auch so eine Hetzjagd irgendwo und dann nicht auch irgendwie Ausländer durch irgendeine deutsche Stadt mal wieder. Zweifel, ja. Ja, genau. Und da gab es auch so ein Konzert und ich weiß nicht mehr genau, wie das war die Toten Hosen gespielt und einer von den Ärzten hat mitgespielt oder umgekehrt. Er hat so kleine Zeichen, wo man dann immer noch ein bisschen schmunzelt, wenn man so denkt, das sind ja alles ältere Herren dann jetzt ausschauen, die aber nach außen hin immer sich noch so ein bisschen als inszenieren als große Konkurrenten, die sie eigentlich überhaupt nicht mehr sind. Die haben alle ihre Schäfchen im Trocknen. Wahrscheinlich noch nie waren. Die waren noch nie waren. Also finanziell haben sie sowieso alle Schäfchen im Trocknen. Irgendwie künstlerisch haben sie auch, künstlerisch und erfolgsmäßig haben sie auch alles erreicht. Ja, ja klar. Aber ich meine selbst Vielleicht treffen die sich zweimal im Monat. Ja, zum Kegelclub wahrscheinlich. Aber ich meine selbst die Beatles und die Stones, da wurde ja immer von der Presse das reingehypt. Aber wenn du, was weiß ich, wenn du dir verschiedene Live-Konzerte von den Beatles anguckst, die vor Fernsehkameras ausgetragen wurden, da sitzt Big Jagger im Publikum im großen Studio Aufnahmeraum 2 von Abbey Road. Damals noch EMI Studio. Da sitzen die halt mittendrin, weil die waren halt Buddies. Die haben da zur selben Zeit Musik gemacht. Genau. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen kennen die sich alle. Und das finde ich dann schon, ja, was die Presse dann einmal rein interpretieren möchte. Klar, die müssen ja auch irgendeinen Job haben. Aber dieses dieses Kreieren von irgendwelchen Sachen, weiß ich, gibt es das heutzutage auch? Andrea Berg gegen Helene Fischer? Ist Andrea Berg noch? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, die müssen, müsste sie ja auch nicht mehr wahrscheinlich. Das ist auch erfolgreich gewesen. Also bei Let's Dance war sie noch nicht, sagen wir mal so. Ach so. Das kann ich zumindest bis hier, obwohl kein gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Let's Dance ist ja aber noch die Vorstufe schon zum Dschungel. Nee, Let's Dance ist tatsächlich, also da möchte ich meine Lanze für brechen. Ich habe ähnliche Produktionen auch begleitet. Und das, was die immer sagen, die Let's Dance-Familie und so weiter, dass die Produktion selber ist quasi ein drei- bis viermonatiges Bootcamp, in dem diese Leute, die daran beteiligt sind, sowohl von der Produktion, also hinter der Kamera, in der Redaktion, von der Produktion bis zu den Leuten, die vor der Kamera stattfinden. Das ist eine Riesenfamilie, die wirklich in diesen vier Monaten so eng zusammenwächst, dass da kommt kein Blatt dazwischen. Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich eine ähnliche Produktion mal begleitet habe, dass wenn diese Reise zu Ende ist, dass das irgendwie so ist, als wenn du dir einen Finger abschneiden würdest, weil jetzt so eine Zeit endet irgendwie. Und von daher ist Let's Dance also nicht vergleichbar mit dem Dschungel. Nein, das war auch... Ja, ja, also ich verstehe das schon, aber die Idee liegt ja nahe irgendwie. Der Dschungel ist ja zehn Tage irgendwie da vor den Kameras, aber die sind schon sehr unter sich irgendwie. Und haben mal hin und wieder Kontakt und bei dem Let's Dance tatsächlich eine Riesenfamilie. Deswegen, also... Ich habe das so ein bisschen mitbekommen, wie der eifrige Podcast-Zuhörer ja weiß, bin ich großer Comedy-Fan, deutsche Comedy-Fan. Und in diesem Jahr war ja der Bastian Bielendorfer bei Let's Dance dabei. Und zwar erstaunlich lange. Genau, und er hat ja unheimlich viel Kritik bekommen dafür, dass er halt weitergekommen ist. Also das fand ich dann schon immer sehr suspekt. Nicht nur um die Leistung, ne? Er hat sich da mit Sicherheit... Ich habe keine einzige Folge gesehen. Also das findet bei mir nicht statt. Den TV-Sender gibt es bei mir eigentlich auch nicht programmiert. Ja. Außer es kommt ein Länderspiel. Aber, ja, ich habe es nur so ein bisschen über Social Media verfolgt, was Basti Bielendorfer da so gezeigt hat, auch irgendwie an Screenshots oder so, wo man immer denkt, ja, und? Irgendwie, was soll er jetzt machen? Soll er sagen, nee, ich gehe jetzt freiwillig, weil ich habe scheiße getanzt irgendwie, oder was? Ja, ja, genau. Ich kenne Basti jetzt schon seit über zehn Jahren, noch bevor er überhaupt irgendwie ein Fernseh stattgefunden hat und so weiter. Naja, so kurz nachdem er das Buch geschrieben hat, so, da. Und kannte auch sein Management, kenne auch sein jetziges Management und kenne ihn und weiß halt, dass der Typ, der ist einfach ein Bewegungslegastheniker. Das hat man ja da auch gesehen, ne? Aber er ist halt so bei sich, dass er dann halt trotzdem das zu seiner Show machen kann. Der ist Comedian. Im Kernberuf ist er Comedian. Also hat er seine Möglichkeiten genutzt, im Rahmen dieses Formats da seine Plattform zu haben. Ich finde es total cool. Er macht ja einen Podcast mit dem Christian Cousin. Genau, Bratwurst und Wackler war. Da reden wir ja häufig drüber irgendwie auch, weil ich das auch total witzig finde, muss ich wirklich sagen. Und das Schöne war ja, dass der Özcan Cousin vor, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren bei Let's Dance war und relativ früh rausgefunden ist. Und der ist ja, was Bewegung angeht, als, keine Ahnung, was hat der gemacht? Breakdancer. Breakdancer, deutscher Meister. Und ja auch dann im Fitnessstudio und Personal Trainer oder was weiß ich, was er alles so gemacht hat. Und ich finde es dann immer witzig, wenn die beiden über das Thema natürlich dann auch irgendwie sprechen. Weil beide, was du davon, ich habe jetzt die letzten Folgen, müsste ich mir mal wieder anhören, gar nicht reingehört. Aber du hast recht, beide haben jetzt eine gleiche Geschichte. Ja, ja, genau. Und ist natürlich, der Basti hat das natürlich sehr ausgeschlachtet, dass er deutlich länger dabei war, als Özcan. Obwohl er sich weniger gut bewegen kann. Ja, also eine absolute Podcast-Empfehlung auch an dieser Stelle. Das ist mega witzig. Also Brachmus und Baklava, auf jeden Fall die Empfehlung. Weil der, eine Sache kann ich spoilern, der Özcan hat einen sehr schönen Spitznamen für Basti Willendorfer, nämlich Fischmeck. Ja, Fischmeck. Und irgendwie passt es ja auch so, ich weiß nicht, man müsste mal schauen, woher das genau kommt. Also ich habe eine der letzten Folgen gesehen, ach nee, da war Basti schon ausgeschieden. Das war glaube ich sogar das Finale. Genau, das Finale. Weil, man darf ja nicht vergessen, Matze Meester, der kurzgewachsene, hier aus der Nachbarstadt Coesfeld, der da ja noch lebt und wohnt und arbeitet und was nicht alles, feiner Kerl. Habe ich übrigens auch vor Jahren mal kennengelernt. Einer der lustigsten, Kerle, die ich je kennengelernt habe. Hi, ich bin Matze. Da hätte ich schon mich auf den Boden werfen können. Er ist von sich aus schon lustiger als so mancher, der Comedian auf seinem Berufsschild schreibt. Und Matze hat dann die Schlümpfe gemacht. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob ein kleinwitziger Witze über Schlümpfe, kurz oder sonst was, aber wer, wenn nicht er. Und dann hat Basti nämlich den Vater Abraham gegeben. Und das Erstaunliche war, man hätte ihn fast nicht unterscheiden können vom Originalvater Abraham, wenn er sich den Text gemerkt hätte. Aber ja, so funktioniert es ja. Wenn du den Text nicht weißt, zähl einfach ohne Ton von 1 bis 10. Dann sieht es auch so aus, als wenn du den Text mitsingen würdest. Irgendeine Mundbewegung passt ja immer drauf. Und das war, das fand ich sehr lustig irgendwie. Und ich habe erst gedacht, wo haben die denn den echten Vater? Ne, Moment mal, das ist ja... Der Basti. Ja, genau. Ja, witzig. Fantastischer GLR. Was ich noch fragen wollte, gestern war ja quasi dein Feiertag. Gestern war Christi Himmelfahrt, genau. Und weil ich ja Christ bin... Ne, ich hatte jetzt mehr daran gedacht, Vatertag war ja gestern. So, jetzt kommt die Frage. Du als bekennender Vater... Als nicht leugnen Könnender. Wissentlich. Ja. Wie hast du denn deinen Feiertag gestern verbracht mit Arbeiten? Also, ja, ja. Meine biologischen Ableger waren tatsächlich zu Hause. Und... Auch sehr schöner Name. Biologische Ableger. Ja. Ja. Auf jeden Fall meine Nachkommen, mein Fleisch und Blut, die Liebe meines Lebens direkt nach meiner Frau, vor meiner Frau, zusammen mit meiner Frau. Ich glaube, ich kann das nicht werten. Ne, die waren zu Hause. Ich habe tatsächlich gestern gearbeitet. Aber zum Glück viel Zeit für mich gehabt, jetzt mal nicht Sachen zu arbeiten, die nur zu arbeiten wären, sondern auch mal ein bisschen zu tüfteln. Ja. Und da dann mal an meinem Studio ein bisschen zu arbeiten, was so im Produktionsalltag immer so ein bisschen zu kurz kommt. Und ich bin schon wieder an meinem Rechner dran gewesen, aber das neue MacBook muss jetzt einfach mal eingearbeitet werden. Und habe in dem Zuge tatsächlich gestern dann entschieden, hm, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt den dicken alten Rechner, den ich auf Intel-Basis, den Hackintosh habe? Nehme ich den weiterhin als Hauptrechner? Oder baue ich mir alles im Studio um, dass ich mein MacBook nur nehme, irgendwie ankoppel, arbeiten kann, abkoppel, woanders arbeiten kann? Ja, genau. Das MacBook quasi als halb stationär, halb mobil. So ein Hub anschließt. Habe ich alles angeschlossen irgendwie, aber weil ich einfach so viele Festplatten für meine Videos habe und so weiter, bin ich so nicht zum Schluss gekommen und habe dann einen Performance-Test gemacht zwischen beiden. Und dabei hat erstmal bei dem Test, bei dem ersten Test, den ich gemacht habe, haben beide gleich gut abgeschnitten. Es gab also noch nicht mal ein vernünftiges Argument dafür, das MacBook jetzt den Aufwand zu betreiben, das ständig hin und her zu schleppen. Okay. Und dann habe ich noch einen weiteren Test gemacht, da war das MacBook dann zwar schneller, aber dann habe ich gedacht, weißt du was, dann macht das Upgrade einfach von Big Sur, das ist OS X11 auf OS X12. Das habe ich mich beim Hackintosh nicht getraut, weil ich nicht wusste, ob er das überlebt oder nicht. Hackintosh ist immer so ein bisschen kritisch mit Upgrades. Und habe das dann tatsächlich gestern riskiert und nachdem ich dann repariert habe, dass USB und Netzwerk wieder funktionieren, habe ich Tests gemacht und der Rechner funktioniert genau wie das MacBook. Das heißt, der Originalrechner 4 HE 19 Zoll unten links in der Ecke ganz leise bleibt. Ja, gut. Und ich brauche mein Studio nicht umbauen und das MacBook ist quasi jetzt, ich habe jetzt eine externe Festplatte tatsächlich bestellt, noch so eine NVMe, so eine SSD, eine ganz schnelle, die ich mit USB 3 dann quasi hin und her stecken kann. Das heißt, wenn ich ein Projekt mitnehmen will, sei es ein Mixprojekt oder ein Videoprojekt, dann kann ich das auf die NVMe, die 2TB Platte spielen und kann die direkt an den Rechner hängen und kann das dann einfach mitnehmen. Macht meine Frau auch. Und ich habe dann tatsächlich gestern in dem Zuge noch meine, jetzt kommt schon wieder das böse Wort, habe meine Waves Lizenzen gestern alle auf den neuesten Stand gebracht, weil ich hatte, es war alles drei- und vierfach auf meinem Rechner vorhanden, also habe ich einfach alles gelöscht irgendwie, dann das Upgrade gemacht auf Monteree, auf OS X12, dann wollte ich es wieder neu installieren, dann hat er mir gesagt, ja, aber die sind ja gar nicht kompatibel mit ihrem neuen System. Ja, geh kacken, was ist denn das irgendwie so? Dann, ja, was machst du denn jetzt irgendwie? Dann stand da irgendwie so in der Seite irgendwie so, ja, sie können ja ihren Upgrade-Plan upgraden gegen kleines Geld. Dann habe ich also für 215 Dollar meine fünf Millionen Waves-Plugins alle in den neuen Upgrade-Plan reingepackt irgendwie und dann, das ist ja auch wirklich, das Interface von denen online ist wirklich Steinzeit. Ja. Also das ist noch vor Netscape, so sieht das aus, ne? Dann habe ich das gemacht und dann standen aber trotzdem Version 9.2 und 10. Also nicht Version 13. Ja. Und dann habe ich schon gedacht, shit, da hast du jetzt die Kohle umsonst ausgegeben, weil da heißt Upgrade-Plan vielleicht nur, du bleibst in deiner Version. Und dann irgendwo am Rand habe ich gelesen, ja, dann drücken sie hier und drücken sie da und drücken sie da und dann werden die Lizenzen auf die Version 13 hochgeschaltet und dann langer Schwede, kurzer Finn. Ich habe also Version 13 dann installiert bei mir auf dem Rechner, auf dem großen Rechner im Studio und kriegte dann aber im Nachgang und das fand ich jetzt wieder einen feinen Zug, kriegte im Nachgang eine Second License, ein Angebot für alle Plugins, die ich gekauft habe, also das Upgrade, was ich gemacht habe, eine Second License. Das heißt, ich konnte sämtliche Waves-Plugins auch auf meinem MacBook installieren, darf es also zweimal benutzen und habe jetzt auf beiden quasi den gleichen Stand an Waves-Plugins und trotz Steinzeit-Interface und so kleinem Text irgendwie, Vierpunkt-Text, keine Ahnung, ich musste den ganzen Screen irgendwie zoomen, dass ich das überhaupt lesen konnte. Was nicht an dir liegt? Natürlich nicht. Ich habe gelaserte Augen. Hallo, an mir kann das nicht liegen. Und ich bin doch erst 51. Nein, daran liegt das nicht. Siehst aber aus wie 49,5. Ja, ich habe aber auch immer eine Lupe links liegen. Tatsächlich nicht. Nein, aber um es kurz zu machen, also tatsächlich habe ich jetzt alle Plugins auf dem neuesten Stand und auf beiden Rechnern legal eine funktionierende Lizenz. Was jetzt auch heißt, dass ich endlich meinen Vocal Rider wieder benutzen kann. Und jetzt kommen wir zum Grund, warum ich das eigentlich gemacht habe, weil ich wollte das eigentlich, ich wollte die Waves-Plugins gar nicht so richtig anfassen. Ich habe aber gestern ein Tutorial gesehen, wo ein Typ gesagt hat, hey, den Trick habe ich bei dem und dem Produzenten geklaut. Und dann habe ich immer schon so einen Zucken im Finger. Dann muss ich dann wissen, was das für ein Trick gewesen ist. Und der hat tatsächlich von Waves den R-Vox, den Renaissance-Vox-Kompressor, den ja ganz viele Pros auch tatsächlich benutzen, weil der einfach so simpel anzuwenden ist. Der hat eine Gate-Funktion, der hat einen Kompressor-Regler, den du einfach nur rauf-runterschieben musst und einen Output-Regler. Das war's. Mehr kannst du nicht machen. Der Kompressor ist sehr musikalisch, muss man sagen, tatsächlich. Und der Typ hat diesen Kompressor auf eine Bass-Drum gezogen. Und ich benutze heutzutage ganz wenig Kompressionen noch auf Bass-Drums. Wenn die einigermaßen undynamisch eingespielt ist, mache ich gar keine Kompressoren mehr drauf, weil ich immer den Eindruck habe, dass ein Kompressor der Bass-Drum mehr klaut als gibt. Und ja, da unterscheiden sich die Geister. Aber ich wollte es halt in dem Fall mal ausprobieren, weil ich hatte eine Aufnahme gemacht an einem Song, an dem ich arbeite und habe die Bass-Drum wieder mal unbearbeitet gelassen, weil es passte alles. Das ist der Trick, den ich nochmal eintrommeln soll. Ja, genau der. Ja, aber die Bass-Drum war halt als Versuchsobjekt genau geeignet. Und da habe ich gesagt, probiere das mal aus und den AWOX nicht gefunden. Dann habe ich mir den bei Waves in den Warenkorb reingelegt und beim Checkout lese ich so ganz klein in Rot da unten drunter, Sie besitzen dieses Plug-In schon. Ja, Herrgott, warum ist das denn dann nicht in meiner Plug-In-Liste alles durchgewühlt, irgendwie nichts gefunden. Und dann habe ich die Upgrade-Orgie gemacht und dann konnte ich dann drei Stunden später dann auch endlich den Trick ausprobieren, den ich im Video gesehen habe. Und siehe da, funktioniert tatsächlich. den AWOX auf Bassdrum drauf zu packen als Kompressor. Mit dem Gate kannst du sogar noch das Bleed, was du dann quasi über den Kompressor hochholst, also zwischen den Bassdrum-Schlägen, kannst du mit diesem Gate wieder einigermaßen wegfedern und hat einwandfrei funktioniert. Mach dir im nächsten Video zu. Liebe Zuhörer, das war die Antwort auf die Frage, was hast du am Feiertag gemacht? So, die kurze Antwort. 25 Minuten später und wird der Antwort, dass man das Gate für die Wavesdrum einstellen kann. Ja, aber mit dem Umweg über Waves, ohne dass du jetzt abhaten musstest über Waves. Hast du denn gar nicht gestern auch mal im Garten gesessen? Ich war ja, ich kenne jetzt ja deine, dein Anwesen. Meine Destination. Ja, deine Homebase. Dein Anwesen. Also ich hätte mich da gestern mit Sicherheit mal auch mal ein Stündchen in die Lounge bei dir da gesetzt, in deine Garten-Lounge. Ich überlege gerade, ich habe gestern Morgen draußen Kaffee getrunken. Das ist okay. Ja, Kaffee getrunken, Zeitung gelesen, da stand der Witz des Tages stand drin. Zum Glück einer, den ich ihn geschickt habe. Tatsächlich? Ja, mein Sohn hatte sich einen Witz ausgedacht. Die haben in der Schule, haben die geredet über Wale. Was Wale essen und so weiter. Und dann, dann ging es halt auch um Batenwale und Batenwale, ja genau, was essen Batenwale am liebsten? Gekrilltes. Genau, ich habe den beim letzten Mal nicht kapiert und dann hast du mir den erklärt. Ja, genau. So wie jetzt gerade auch schon wieder. Auf jeden Fall hatte ich den Witz dann an die Zeitung geschickt, als Kinderwitz und der stand dann in der Jango drin. Jango ist die Kinderseite und da stand dann der Witz drin. Aber nicht deswegen habe ich Zeitung gelesen, weil ich sowieso jeden Morgen, wenn eine Zeitung kommt, die einmal durchlese. Sehr gut. Hast du noch richtig Papierformen, kriegst du noch? Ja, wobei die ersten acht Seiten interessieren mich eigentlich meistens nicht, weil das habe ich alles schon in der aktuellen Version im Spiegel längst gelesen. Das ist so der Teil, den man eigentlich aus der Tagesschau und online sowieso ständig auf dem Schirm hat. Aber danach kommt der Sportteil, da geht manchmal ein bisschen mehr in die Tiefe und danach kommt dann der Lokalteil vor allem. Und weil ich halt nicht WDR fernsehe, um mir abends die Lokalnachrichten anzugucken, ist es immer ganz gut, wenn zu wissen, was im Stadtteil los ist oder was in Münster los ist. Dafür ist eigentlich die Zeitung eher geeignet als aus aller Welt. Ja, was interessiert mich, ob Johnny Depp gerade Stress mit seiner Ollen hat oder nicht irgendwie und was das für... Weil das ein sehr suspekter, wie nennt man das, ein sehr suspektes Gerichtsverfahren auf jeden Fall irgendwie ist. Ja, es ist wie immer. Es gibt drei Wahrheiten. Es gibt die von Johnny, es gibt die von Amber Heard, heißt die, glaube ich. Und es gibt noch eine echte Wahrheit. Und jeder hat so seine eigene Wahrnehmung, seine eigene Wahrheit, sein eigenes Empfinden bei der Geschichte und immer, wenn zwei was erzählen, wo kein Dritter dabei gewesen ist, aber ein Dritter darüber entscheiden muss, das kann nie richtig ausgehen. Und wenn da jetzt auch eine Jury über entscheiden muss, wer jetzt was, wie, wo, wann gemacht hat, dann ist so, als wenn du irgendwie ein Jahr lang die Bunte liest und dann entscheiden musst, ob Prinz Ernst August denn eigentlich August heißen darf oder nicht irgendwie. Ja, weil Augustus ist ja eigentlich ein lateinischer Name. Also ich hab nix mitgekriegt von diesem ganzen Gerichtsverfahren, sondern nur irgendwie so, es gibt ja diverse Zitate, die daraus jetzt schon benutzt wurden um irgendwelche Memes oder, oder... Die verfolge ich ja wiederum nicht. Erzähl mal ein paar. Genau, oder halt so, so, so Stories bei Insta oder hier so, so Reels irgendwie sozusagen. Also andere produzieren sich quasi über den Bullshit, der da erzählt wird. Wie gesagt, ich kenne halt nur diese Fragmente immer. Ich hab keine Ahnung, worum es so ganz genau geht, aber es ist dann schon witzig, wenn... Ich glaub, er hat sie geschubst und sie sagt, ich hab dich geschubst. Nee, oder umgekehrt. Ja, aber sie sagt dann an einer Stelle irgendwie, dass ihr Hund auf eine Biene getreten ist. A dog stepped on a bee, sagt sie. Und fängt an zu weinen oder weint dabei halt. Ich hab keine Ahnung, in welchem Kontext das steht. Man darf ja nicht vergessen, die sind beide Schauspieler, ne? Ja, genau. Von Berufs wegen können die anderen Leuten was vorspielen. Aber meine Freundin ist da sehr gut informiert und wir haben uns da irgendwie gestern oder vorgestern, was heißt sehr gut informiert, wahrscheinlich auch zehn Prozent besser als ich, aber für mich war das jetzt der Informationsüberfluss schon fast. Und sie hat dann halt lustige Sachen erzählt, also dass sie sich halt auch in so Widersprüchlichkeiten verstrickt und dann nicht mehr rauskommt irgendwie oder sagt, ich hab mich mit dem und dem Make-up hab ich mich überschminkt, wenn er mich geschlagen hat. Und hat aber nicht einfach nur gesagt, keine Ahnung, mit der Creme von denen oder so, sondern hat ganz genau erzählt, warum sie genau dieses Produkt benutzt hat und dann hat der Hersteller sich einen Tag später zuvor gemeint und hat gesagt, ist ja schön, aber wenn du das, keine Ahnung, 2017 verwendet hast, das ist ja seit 2020 auf dem Markt. Genau. Das sind dann halt so Momente, wo ich mich, wo ich mich immer freue. Ja, und sie hatte wahrscheinlich noch gedacht, dass sie darüber noch einen neuen Influencer-Vertrag kriegt oder sowas irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht war das aber auch alles abgesprochen. Wir werden das nicht wissen. Gestern stand in der Zeitung, deswegen komme ich überhaupt nur drauf, gestern nicht, sondern vorgestern, doch gestern, weil gestern, Feiertag kommt ja dann eine Zeitung, ist ja auch faszinierend. Am Feiertag wird dann die Zeitung noch ausgeliefert, am Feiertag selbst hat die Redaktion dann aber frei, das heißt, am Tag nach dem Feiertag gibt es keine Zeitung. Ja. Und dann wieder am Samstag, also morgen, also gestern, also heute ist Sonntag, also gestern war eigentlich Samstag, weil heute aber Freitag ist, es ist morgen. Ich komme mit der Zeit immer so ein bisschen durcheinander, aber es ist ja egal, wir sitzen ja auf einem bummeligen Freitag hier. Zurück in die Zukunft. Genau, Back to the Future. Übrigens einer meiner Lieblingsfilme. Ever, 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 weil das ist einer der, eines der ausgefuchstesten Drehbücher, die es gibt. Es gibt immer irgendwelche kleinen Callbacks, Anspielungen, Bildschnipsel, wo was im Hintergrund stattfindet. Ich habe den Film, glaube ich, schon hundertmal gesehen und kann mich jedes Mal wieder darüber kaputt lachen. Vielleicht muss ich mir den nochmal etwas konzentrierter zu Gemüte führen. Zwei Filme, die du dir vor dem Hintergrund nochmal konzentrierter zufügen solltest. Einmal zurück in die Zukunft, Teil 1. Der heutige Kino-Tipp von Jonas Wagner. Meine Damen und Herren, ich freue mich Ihnen heute meine Empfehlung des Tages aussprechen zu dürfen. Zurück in die Zukunft, Teil 1 und täglich grüße das Mummeltier. Beides so unfassbar gute Drehbücher und dann auch Filme, also nicht nur gute Drehbücher, sondern auch filmisch so sauber umgesetzt, dass man wirklich sagen muss, Leute, dann kommen immer irgendwelche Leute um die Ecke. Ja, aber da ist der und der Fehler drin und da ist das. Ja, was stört, ist die Eiche, wenn die Sau sich an ihr juckt. Das ist ein guter Film, ist ein guter Film, ist ein guter Film. Bei Herr der Ringe gibt es doch auch Szenen, wo dann irgendwie der eine vergessen hat, dass er noch eine Armbanduhr auf hatte. Ja, und du hast mir neulich gesagt, dass bei Bruno Mars irgendwie Schmatzer und schiefe Töne drin sind oder sonst was. War das nicht bei Happy oder? Bruno Mars ist ja nicht von Happy, von Pharrell Williams. Daft Punk. Daft Punk, die Geschichte mit, wie heißt denn der Song noch? Get Lucky. Get Lucky, genau. Ja. hat mich aber bisher nicht gestört irgendwie. Mich aber. Ja? Haben die also nicht Mouth geklickt benutzt oder was? Ja. Wir müssen das so ein bisschen umstrukturieren demnächst im Podcast und immer vorher so kleine Jingles dann einspielen. Irgendwie. Ja, aber das ist also mit Musik im Podcast immer ein bisschen schwierig. Also wenn ich die nicht selber gemacht habe. Isotope-Mouth-die-Click-Inhalt. Weil es gibt schon gewisse Sachen, die immer drin sind, wenn wir uns unterhalten. Ja, Maustie-Click, ja, vielleicht. Ich habe tatsächlich auf der Superboot kurz einen Produktmanager von Isotope gesehen. Ich habe auch nicht länger mit ihm gesprochen. Hat er geschmatzt beim Sprechen? Natürlich. Ich meine, er muss ja irgendwie Werbung für seine Produkte machen oder nicht? Jeder schmatzt beim Sprechen. Das ist nicht weggelegt. Ich bewerbe mich für die Stelle als Produktmanager. Genau. Sie haben doch da diese Klatschmaschine und diese Lachermaschine. Können wir nicht noch eine Schmatzmaschine machen? Ich würde es selber machen. Genau. Ich kann sprechen und schmatzen gleichzeitig. Aber das ist immer doof, wenn jemand sagt, ja, wie kriegt man das denn raus? Ja, und du musst dann halt sagen, ja, mit dem Auf-D-Click von Isotope. Ziemlich konkurrenzloses Produkt. Ja. Aber das kann man halt nicht kaufen, sondern du musst halt dann RX kaufen. RX Standard. Genau, nicht Elements, was es mal irgendwie für 30 Euro oder so man gibt an einem schönen Tag. Einen bummeligen Freitag. Ja, genau. Sondern du musst dann, ich weiß gar nicht, was kostet denn die Standard? Die kostet auch irgendwie 300. 300, ja. Und wenn du Glück hast, kriegst du für 200 irgendwie. Also neulich noch einen Podcast-Produzenten empfohlen, der mich auch danach fragte, wie ich das hingekriegt habe. Ich habe gesagt, ja, also es geht halt nur so und wenn du viele Podcasts machst, also entweder selber aufnimmst, also perspektivisch sollte man einen Podcast ja sowieso auf lange Strecke anlegen. Das heißt, wenn du es wöchentlich oder zweiwöchentlich machst, machst du pro Jahr zwischen 25 und 50 Folgen und dann bricht sich so eine Investition von 300 Euro, weil es ja nicht nur Mausgeklick dabei sind, ja ganz viele andere Produkte auch nochmal. Die Reverb ist ganz wichtig irgendwie und da vor dem Hintergrund ist es auch... Du darfst ja auch nicht vergessen, dass du im Prinzip mit RX alleine, nur mit der Software RX, könntest du einen Podcast machen. Das wissen ja die wenigsten, dass da diese Software dabei ist und ehrlich gesagt, ich arbeite auch nicht damit. Ich benutze auch nur die Plugins, habe aber neulich auch im Rahmen eines Coachings mich dann auch damit kurz auseinandergesetzt und festgestellt, wenn ich mich hier ein bisschen einarbeite, könnte ich durchaus auch damit arbeiten, wäre kein Problem. Also ich benutze es ja quasi, ich benutze die Plugins quasi gar nicht, weil im Mastering natürlich schwierig ist, irgendwie so ein Plugin draufzuschmeißen, was sehr, sehr viel automatisch macht, was ich natürlich gar nicht will. Wenn mich Mundgeräusche in einem Stereo-Mixdown stören und ich Mausgeklick draufschmeiße, habe ich nachher keine Snare mehr oder keine Transienten, sondern da muss ich natürlich dann manuell reingehen in die Ansicht und muss mir dann die Klicks oder muss mir dann halt die Klicks dann da manuell wirklich aus dem Spektrogramm dann rausfiltern oder sowas. Deswegen benutze ich die Plugins eigentlich kaum, aber doch, tatsächlich diese Woche habe ich liebe Grüße an den Kollegen Martin Wader, wenn er das hört, vom Tonstudio Güstrow. Und zwar hat er ein cooles Projekt gemacht für das regionale Busunternehmen, Rebus heißen die, und er hat quasi die neuen Busansagen. Ach cool. Da muss man sich ja mal überlegen, das wird ja auch... Irgendeiner muss das ja sprechen. Genau, irgendeiner muss das sprechen, irgendeiner muss das bearbeiten. Ja, Busansagen. Ja, genau. Aufzug, Bus. Ich hatte dann die Ehre, im letzten Jahr schon knapp 1500 Busansagen zu mastern. Ach! Genau. Aber doch nicht einzeln. Nein, 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 nicht einzeln, sondern wir haben das nach... im Alphabet quasi gemacht. Und wir hatten verschiedene... Wir haben uns über verschiedene Möglichkeiten unterhalten, das zu machen. Letzten Endes sind wir dann so verblieben, dass er mir tatsächlich eine Wave-Datei geschickt hat mit den Haltestellen A bis Z. Und er arbeitet mit Reaper. Und Reaper hat ja sehr, sehr viele coole Funktionen, wo du dir ja fast schon so komplett custommäßig, also komplett individuell irgendwelche Funktionen auch bauen kannst und so. Und er hat quasi immer Abschnitte, also Regionen oder Marker für jede Busansage gesetzt, sodass er mir das als eine Wave-Datei schickt hat. Ich habe ihm die Wave-Datei gemastert, aber mit dem gleichen Timecode konnte er wieder reinladen und dann konnte er sich daraus einzelne Schnipsel exportieren. Weil dieses System, womit diese Busse jetzt arbeiten in dem Fall, brauchte das Ganze dann als MP3 in 96 Kilobits per Second. Das ist leider auch wenn eigentlich man... Systembedingt, ne? Genau. Eigentlich sollte man heutzutage ja denken, Speicherplatz kostet ja nichts mehr. Ob das jetzt eine Festplatte ist, mein Gott, überlege ich mal vor zehn Jahren, wolltest du ein Terabyte externe Festplatte kaufen, da musst du ja noch Kredit für aufnehmen. Und heute... Ja, heute kriegst du das ja hinterher geschmissen. Ach, liegt an der Kasse, nehme ich mal eben noch mit für einen Zwanni bei MediaWalt oder so, ne? Ja. Genau. Leider als MP3. Und dann hat er das dann wieder nachher in Einzelteile zerlegt. Und jetzt gab es ein cooles Projekt, fand ich persönlich sehr, sehr cool. Knapp, boah, lass mich lügen, 200, 300 Ansagen oder so, oder 150, 200 Ansagen, wurden jetzt von Kindern, von 30 verschiedenen Kindern aufgenommen, bei ihm im Studio. Und dann habe ich quasi 30 Spuren, also pro Kind, eine Spur bekommen und habe es dann gemastert. Ist das dann mixen oder mastern? Mastern, das ist ja nur eine Spur, die ich immer gleichzeitig bearbeite. Aber es ist eine Vocalaufnahme, die schon bearbeitet ist, die schon dynamisch bearbeitet ist, mit Equalizer bearbeitet ist und so weiter. Jein, jein. Also ich glaube, in dem Fall sind wir jetzt so verblieben, dass er natürlich in einer sehr, sehr guten Aufnahmeumgebung da gearbeitet hat, mit einem, ich glaube, mit einem U87, ist das alles aufgenommen. Das heißt, es ist eigentlich, wie gesagt, es ist ja kein Mischen, weil Mischen bedeutet ja mehrere Dinge zusammen mischen. In dem Fall ist es ja kein Mischen, weil es ist ja nur eine Spur da. Ja, es ist eine tonale Bearbeitung, so, das ist ja Mastern auch. Ja, gut, genau, das machst du beim Astring, dann machst du ja auch Dynamikbearbeitung und Frequenzbearbeitung. Das ist es ja letzten Endes. Genau, da ging es dann einfach nur darum, das halt möglichst schick zu machen, die Lautheit halt dementsprechend anzupassen. Genau. Und die wurden dann eine Zeit lang dann in die Busse reingespielt oder permanent? Oder wie ist das Projekt geplant? Mit den Kinderansagen bin ich mir jetzt nicht sicher. Das finde ich ja eine schöne Geschichte. Also ich meine, jeder kennt die Haribo-Werbung, die irre lustig ist irgendwie, wo diese Erwachsenen mit den Kinderstimmen sprechen. Und ich finde, Kinderstimmen, die haben so was Versöhnliches irgendwie, die reduzieren das wieder auf das Wichtige. Also ich musste echt schmunzeln, als ich die Busansagen, also diese Kinderbusansagen gewastert habe. Da waren dann halt auch, klar, also so wie Kinder nun mal sind. Also selbst als Erwachsener, wenn du jetzt kein Geübter, Gelernter, das sind nun mal ein Ausbildungsberufsprecher. Ja, Sprecher ist ein Ausbildungsberuf. Genau. Selbst dann kann ja jeder mal austesten. Wenn du dich wirklich vor das Mikro stellst und mal zehn, keine Ahnung, nächste Haltestelle, keine Ahnung, Rostock-Bahnhof. Ja. Schlamm-Method. Versuch das mal zehnmal hintereinander. Und das wird sich zehnmal unterschiedlich anhören. Selbst wenn du dich wirklich darauf konzentrierst, wenn du nicht geübt bist darin. So, und bei Kindern ist es natürlich noch mal viel extremer, weil die vielleicht zwischen der ersten und der zweiten Ansage gerade einmal irgendwie eine Idee hatten oder so. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant, wenn es dann so losgeht, dann merkst du auch so die erste, vielleicht ganz nervös so, das erste Mal in einem Tonstudio, großes Mikrofon, dann sitzt da der Produzent irgendwie, wobei der Martin ein ganz, ganz lieber Kerl ist. Aber trotzdem, nächste Haltestelle, Rostock-Bahnhof. So, und dann kommt so die dritte, nächste Haltestelle, Rostock, Rostock, weiß ich nicht. Total cool, total euphorisch. Oder manchmal hört man noch so einen kleinen Schmunzler, da hat der Martin wahrscheinlich irgendwie gerade was Witziges gesagt. So die, 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 die Lehrerstimme, die Lehrerstimme von den Peanuts. Ja, wahrscheinlich gerade über das Talkback noch irgendwie was Witziges gesagt und dann auf Aufnahme gedrückt und dann hast du so, nächste Haltestelle. Ach, echt schön. Also cooles Projekt, hat auch viel Spaß gemacht. Das zu machen und ich denke, also für, für das Busunternehmen ist das auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte, finde ich. Und das hast du in RX gemacht? Nee, nee, das habe ich in Studio One gemacht. Da kann ich ja dann mit Plugins arbeiten, weil es geht ja dann nur um die Stimme. Also ich bearbeite ja nur die Stimme. Natürlich mal auf die Klick, war da dabei. Aber ansonsten, Alistub RX darf man ja auch nicht vergessen, so grundsätzlich, in dieser Software, hast du ja auch ein EQ, du hast einen Limiter, du hast eigentlich alles drin, du kannst ja auch Plugins. Externe mittlerweile reinladen, genau, reinladen. Das geht glaube ich seit Version 6 oder so. Und ich habe, mir ist gerade eingefallen, ich habe das neulich tatsächlich mal wirklich genutzt, um etwas zu reparieren. Also jetzt nicht einfach nur eine Unzulänglichkeit wegzumachen, Schmatzgeräusche sind ja eher Unzulänglichkeiten, aber wirklich um etwas zu reparieren. Folgende Geschichte, also Papa erzählt wieder mal vom Krieg. Nein. Mein Sohn ist aufgetreten auf einer Bühne, es gab ein großes Solidaritätskonzert für die Ukraine, in der Schule bei uns vor Ort, in der Grundschule. Und mein Sohn ist aufgetreten und hat ein Lied gesungen, habe ich glaube ich schon erzählt. Ja. Wozu sind Kriege da? Ja, genau. Genau, mit Henning Wählern zusammen und Jan Löchel zusammen. Und folgende Situation, es gibt also eine Aufnahme davon, wie er da singt und ganz am Schluss singt er diesen letzten Satz Wozu sind Kriege? Nee, wozu sind Kriege da? Also richtig schönes hinten raus mit einer kleinen Pause. Und was passiert in dieser Pause? Eine Glasflasche fällt um. Der ganze Moment im Eimer. So, jetzt hatte ich die Aufnahme auf dem Handy und natürlich alle anderen auch irgendwie mit dieser blöden Glasflasche, die da reingefallen ist. Und dann habe ich mir RX Spectral Noise Repair genommen und habe diese Glasflasche da raus montiert und zum großen Gefallen meiner Frau, das kannst du. Ja, ich habe Feuer gemacht. Hallo? Ich habe also Puppe X. Natürlich, ich kann es auch bedienen. Habe ich diese Glasflasche da raus montiert und es ist faszinierend, wenn man damit, ich mache das ja nur einmal im Jahr, also wenn ich da geübt da drin wäre, wäre das wahrscheinlich noch schneller gegangen und ich wäre da auch gezielt da drin gewesen. Aber faszinierend, dass ich die nahezu schadfrei rausgekriegt habe. Schon Wahnsinn. Also was da heutzutage geht, fand ich wirklich und deswegen... RX ist wirklich mächtig. Wir reden da oft drüber und immer erzählen allen, wie toll das ist. Es ist ein wirklich super mächtiges Tool. Es ist ein Werkzeug, das wir regelmäßig benutzen. Das ist einfach ein Problemlöser in vielerlei Hinsicht. Wenn ich überlege, wie viel... Also ich benutze es halt wirklich täglich. Irgendwie. Me too. Genau. Und ich benutze es... Jeder Song, der bei mir ankommt, geht eher in RX rein. Auch wenn ich das wahrscheinlich schon zehnmal erzählt habe, aber es ist halt wirklich so. Und damit kann man ganz, ganz viel schöner machen als vorher. Vielleicht machen wir da mal ein Video zu, zu deinem Workflow. Wie du so einen Song, was du begutachtest in RX und dann einfach mal erzählst, was du warum machst an der Stelle. Richtig. Nehmen wir einfach meinen nächsten Song, wenn du den eingetrommelt hast. Oha. Aber da müssen wir jetzt mal bald mit anfangen. Und damit wir da noch ein bisschen Zeit für haben, mein Lieber, verabschieden wir uns jetzt von unseren lieben Zuhörern. Ich habe noch gar nicht rumgeheult. Ich wollte eigentlich heute im Podcast ein bisschen rumheulen. Ja, okay. Du hast jetzt noch drei Minuten rumheulen, weil Björn hat ja Heuschnupfen. Aber den hat er doch tatsächlich über die letzten 50 Minuten vergessen. Aber bitte. Ja, komm, hau raus. Ich hole die Taschentücher schon mal derweil. Ich habe ja eigentlich gehofft, ich habe ja so lieb gefragt, habe mich nach deinem Privatleben erkundigt. Und ich habe gar nicht gegengefragt. Und du hast gar nicht gefragt, was hast du denn gestern gemacht? War ja auch nicht Vatertag für dich. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber trotzdem war ja gestern theoretisch Feiertag. Aber gestern hat es doch geregnet. Du hast doch gesagt, du hoffst auf Regen. Bei uns in Münster hat es geregnet. Das wäre ja für einen Allergiker wie dich eigentlich eine gute... Aber hier hat es gestern nicht wirklich geregnet. Ja, das ist nicht gut. Zu einem Überfluss war ich gestern Abend auf einer Gartentarty, wo ich Musik gemacht habe gestern Abend. Ja. Also aufgelegt oder selbst getrommelt? Gespielt, genau. Ah, okay, cool. Und ich weiß nicht, was der da so für Bräumchen stehen hatte in seinem riesigen Garten. Alle. Aber genau, also das war so ein bisschen fast dann der Höhepunkt. Gestern tagsüber tatsächlich habe ich einen schönen Ausflug gemacht mit meiner Freundin. Wir waren in Bad Bentheim und haben uns die Burg Bentheim angeschaut. Bad Bentheim, ja, sehr schön. Sehr cool. War ich noch nie. Ja. Und ich wäre fast gestorben. Also klar, natürlich Burganlage mit ganz vielen Bäumen und Pflanzen und was weiß ich nicht alles. und ich bin wirklich da so die Augen so 0,3 Zentimeter auf. Er ist Vampir, er wohnt hier eigentlich, aber tageslich kann er nicht so gut. Genau, tageslich ist nicht so schön. Ich bin da wirklich, ich habe irgendwie drei Packungen Taschentücher durchgeschnottet und habe mehr Anti-Allergika gefressen als andere Kaugummi-Scouten. Betonung auf gefressen. Menschen, ich sage den Kindern ja immer Menschen essen, aber in dem Fall war die Menge wahrscheinlich geheichnet. Alles rein in der Hoffnung und das dann einigermaßen geht und tatsächlich ging es dann auch einigermaßen und dann waren wir aber auch durch. Also da haben wir uns dann alles angeschaut. Aber ja, genau. Also ich wollte eigentlich nur, nicht, dass sich einer fragt, warum klingt der Schlüter eigentlich so komisch heute? Irgendwie. Ist der krank? Ja. Also nicht, dass morgen in der Bildzeitung... Du bist aber nicht krank, du bist nur ein bisschen kurzfristig eingeschränkt. Ja, ich möchte ja nicht, dass sich jemand jetzt zu Hause Sorgen macht, die nächsten zwei Wochen, bis dann die nächste Folge rauskommt. Bis wir es auflösen, meinst du? Ja, also es könnte ja auch eine Männergrippe sein. Ja. Und das bringt mich zu dem Wort, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Björn Schlüter uns verrät, ja, wie die Pollen so fliegen. Wir essen jetzt noch ein paar Pollenklötchen. Quackfällchen haben wir noch. Um es mit Willi zu sagen von Biene Maja. Verabschieden uns, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge vom DAW-Versteher. Vielen Dank Björn für die Einladung. Wir stürzen uns jetzt auf die restlichen verbliebenen Quackbällchen. Schön, dass du da warst und bleib gesund. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. So ist es. See you later. Ja, Taschstuch? Ja. 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 Das war's für heute.